Was ist das Glashalbe? Es ist auf Glashalbe. Wie mühevoll ist es, diese Glashalbe zu stimmen. Man muss da Wasser hineinschütten und dann sehen, dass man Ton auskommt. Der ist zum Beispiel zu hoch, so entefft werden. Immer noch zu hoch wird er entefft. Das Problem ist, bis zum Auftritt das Wasser wieder verdunstet. Das ist ganz schwer, bis zum Ende des Auftritts. Das Glashalbe kommt erst ganz am Schluss, genau gestimmt zu haben. Weil die Wasser von Flüter kann nicht genau gerechnen, wie das ist. Ja, das ist für Glashalbe. Außerdem haben wir überlegt, ich könnte mein Songbook rausgeben von Katara. Für Glashalbe? Nee, ich könnte alles für Glashalbe. Ich könnte auch ein Songbook Algeberg. Ja? Ja. Warum nicht? Ja. 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 Ich fühle mich zu. Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Ich muss das von hier. Das machen. Aber ihr seid wert. Wenn ihr euch das wert ist, dann können wir uns wissen. Ja. Also machen wir uns. Vielen Dank.